Nichts war langsam und nichts schwierig, als es begann. Ich brauchte Salz und weiße Farbe für die Fensterrahmen und konnte im Auto bis in den Ort mitfahren, schon das ein schöner Zufall. Wir sahen uns die Gebäude der Deutschen an, Johannes Heikeler und ich, und irgendetwas, vielleicht das Licht an diesem Vormittag oder der Geruch von frisch gesägtem Holz oder die überraschend warme Luft. Ich wollte am liebsten die Handschuhe ausziehen und die Jacke aufmachen, dazu die Vögel und die blubbernden Regenrinnen. Irgendein Gefühl von Neuanfang ließ mich fragen, wie heißt denn die Tochter des Ladenbesitzers? Ich wusste es nicht, da wird man ja wohl mal fragen dürfen, und schon deshalb musste ich lächeln. Du senktest den Kopf, gucktest durch deine Wimpern und sagtest leise, mit Grübchen in den Wangen, Lämpi. Lämpi, das heißt ja Liebe, dachte ich, und hörte genau das in deiner Stimme. Willst du deine Fenster streichen? fragtest du und hobst den Kopf, blicktest mich geradeaus an. Nee, das Holz, antwortete ich, und du strahltest übers ganze Gesicht, dass es so ein Lächeln überhaupt geben kann. Und fast schon mit einem richtigen Lachen sagtest du, ah, den ganzen Wald willst du streichen, wie groß ist er denn? Und dann flüstertest du deiner Schwester etwas ins Ohr, und die prustete los und flüsterte zurück, ich hab's ja gesagt, sowas in der Art, als hättet ihr eben noch über mich geredet. Du kommst doch wieder, fragtest du, als du mir das Paket mit dem Einkauf gabst. Deine Finger berührten meine. Draußen tropfte das Wasser von den Eiszapfen. Wenn ich darum gebeten werde, sagte ich, irgendwie konnte ich bei dem flotten Geplänke mitmachen, und du legtest gleich nach. Na, dann muss ich wohl bitten. Aber recht freundlich. Ach, auch noch freundlich. Und schon waren sie da. Deine Lippen auf meiner Wange. So ging das. Es begann ganz plötzlich über den Tresen hinweg. Du hast dich auf die Hände gestützt und zu mir vorgebeugt, deine Hacken lösten sich dabei bestimmt vom Boden, sonst wärst du nicht hoch genug gekommen, und draußen sangen die ersten Vögel. Ich wurde rot und sah dich an. Deine Füße kehrten auf den Boden zurück, deine Hände lösten sich vom Tresen, aber unsere Augen sich nicht voneinander. Und da war niemand mehr, außer dir und mir. Uns. Dass es so gehen kann. Ich hätte das nie geglaubt. Natürlich kannte ich euch Schwestern. Alle kannten euch. Manche hatten sogar ein bisschen Angst vor euch und witzelten über die eigensinnigen Abiturientinnen. Ich habe das alles gut im Ohr. Und bis zu dem Tag hätte ich es nie gewagt, dich anzuschauen. Ich erinnere mich bis heute an die Einkaufstouren, bei denen ich draußen auf Vater wartete und du mit den Händen in den Hüften die rumlungernden alten Männer vertrieben hast. An deine bösen Blicke, wenn einer dir ungefragt Honig ums Maul schmieren wollte. Und erst heute wird mir klar, wie jung du da noch warst. Erst zehn oder elf. Und doch schon ernst zu nehmen. Als Mutter frisch unter der Erde lag, waren Vater und ich im Laden Bücher abholen. Wir mussten. Mutter hatte sie noch bestellt. Ich wartete draußen und sah dich die Treppe fegen. So zackig, dass dein langer Zopf wütend hin- und herflog und die alte Bäuerin von Neujahr, die mit ins Dorf gekommen war, weil sie zum Arzt musste, brummte, Das Mädel hat dein Temperament so hitzig, das kriegt keiner gezähmt. Das stimmte. Und das war auch nicht nötig. Du hast mich gewählt. Wobei ich nicht sicher bin, ob du mich schon länger beobachtet hattest. Das habe ich vergessen zu fragen. Ich hätte mich das nie getraut, dich anzusprechen. Ich war zu scheu. Das wäre unmöglich gewesen. Nicht mal im Traum wäre es mir eingefallen. Aber dann ging die Ladenklinge, ich hörte sie deutlich irgendwo hinter mir, in der linken Hand, hielt ich die Handschuhe, draußen schmolz der Schnee und nur wenige Augenblicke später fühlte ich deine Lippen auf der Wange, ganz weich, schnell wie ein Blitz und trotzdem ewig und als ich dich anguckte, standest du einfach vor mir und ich konnte den Blick nicht mehr lösen. Meine Augen waren in deinen festgehakt.